Wie geht es alleine, wenn du das alles organisierst und das Spiel machen möchtest? Ja, ich kann ja nicht alles ganz alleine organisieren. Ich habe natürlich auch noch ein paar Kollegen und einen Vorstand dabei. Und ein paar Kollegen oder Kolleginnen natürlich auch, muss man sagen. Ich kann das Spiel selber machen. Aber wenn man alles so wie Nene regt, ich kann ja so ein Bett gehen, aber schlauen. Also für jeden Spieler so, bin das im Schnitt für eine Saison dann so circa 120 Stunden. Und so hat unsere Ehen, wenn dann hier und so noch ein paar andere Sachen nebenher mehr, dann könnte das aber schnell 160, 170 Stunden werden. Wer hat dann mal anerkannt? Doch, das schon. Also von unserer Theatergruppe hier in Gessgau, da kriegt die Bevölkerung immer sehr, sehr guten Zuspruch. Und da sagt man von der ganzen Masse, das ist eine Sache, wenn das verloren geht. Ja, das glaube ich. Also ist eine Kultureinrichtung. Doch, also unser plattdütsches Theater in Gessgau steht also auf dem Kulturkalender ganz bombend mit an. Wir haben natürlich auch eine Musikzug und eine Spielmannzug und noch andere Theateraufführungen. Aber das plattdütsche Theater, das ist in Gessgau nicht weg zu denken. Ja. Ja. Ja.